Willkommen zurück, zweite Folge Dark Void mit einem neuen Gegner da oben, irgendwelchen so ein bisschen größeren, fieseren Get-Popie-Monstern die sich irgendwie von meinem Laser überhaupt nicht beeindrucken lassen dann kümmer ich mich erstmal um die Kleinen hier unten Hey, nee, ich wollte das bei dir machen, so rum, haha Das ist übrigens nicht das erste Airtide-Spiel, was wir auf Gamecube spielen denn das Studio hat auch das Quantum-Konundrum damals gemacht beziehungsweise nach dem hier haben sie das Quantum-Konundrum gemacht Allerdings war das ja ein Rätsel-Spiel und so wahnsinnig viele Rätsel sind in dem Spiel hier nicht drin, so viel Kann ich schon mal verraten, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Ha Okay, also der lässt sich mit einem Nahkampfangriff nicht gleich zerstören Ich brauche Upgrades für meine Waffen Das geht mal so gar nicht Na komm Stirb halt Dann halt mit Granate Nein, 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 geh hin Ja, haha, haha, Depp Oh, 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 shit, 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 shit Die sehen doch echt aus wie die kleinen Brüder von Gath so geht es auch hoffentlich ist da oben eine kiste eine waffe upgraden kann genug punkte habe ich jetzt auf jeden fall das war's das war der kampf und die hatten hier studie übrigens in redmond bundesstaat washington wo ja auch microsoft und nintendo sitzen ironischerweise kam dieses spiel niemals auf eine nintendo konsole raus i guess i got here just in time yeah yeah appreciate it take a look you were right i think there's a village down there frage mich nicht wo kapitel 2 geblieben ist so hier höchste kann man jetzt waffen aufrüsten ich fange mit dem normalen maschinengewehr an größerer lauf für tödlichere großkaliber geschosse vergrößertes magazin das klingt doch gut nächster upgrade sind dann explosive geschosse die beim einschlag detonieren und nochmal ein größeres magazin für mehr reicht es dann aber auch nicht aber die waffe sieht schon anders aus jetzt hier vorne mit dem roten lauf so where are we central america peru i don't know doesn't it seem like a place you've never heard of how did we get so far off course we must have got turned around in the storm david right before the engines cut out did you uh see anything yeah i saw it it came right at us i wish i don't know it happened so fast there's nothing you could have done will he was a good friend i know right now we need to find some help sieht ein bisschen aus wie der äh wie die there are fires burning yeah and somebody lit them do you think this is a good idea just walking in like this guess we'll find out there's not much choice well it's good to be out of the jungle at least wie die ähm stationen aus star wars 4 eine neue hoffnung wo die rebellen ihren angriff auf den todesstern von starten ist das javin heißt der mond javin ich weiß nicht genau also irgendjemand hat hier feuer angemacht wie gesagt spielt ja 1938 also kurz bevor der zweite wettkrieg ausgebrochen ist so was ist jetzt hier tiare oder ich schon eins von verpasst naja das ist glaube ich auch wieder einer der bewohner aber mehr ist da gar nicht gut genug pause gemacht wie gesagt drückt einfach pause wenn ihr das genau durchlesen wollt ist jetzt nicht super wichtig für die story bringt ein bisschen kontext zu dem universum passen was will kommen ich werde wir wollen jetzt ich habe ich habe ich habe aber ich habe die 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 Ihr habt nicht mal Schatten. Doch habt ihr. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ist auch geil, die Anzeige weiß schon, wie er heißt. Oh, okay, das war ein kurzes Kapitel. Ja gut, so viele Punkte haben wir jetzt nicht gemacht. Hallo? Hey! Hallo? Stuck in hier. Eine kommt mit dem Gift der Licht, und die Menschen werden impatient. So, Taffy, ich sehe, dass du einen Gast hast. Ich habe sie in der Stadt gefunden. Der Flugzeug hat sich verletzt. Hm. Ist das so? The device back there, it generates electricity. Local conditions are unique, to say the least. Long way from Colorado Springs. You say your plane crashed. Evidently a common occurrence around here. Ja. Neue Krankshaft, Intake Manifold. Der Back Canyon ist mit Wreckage. Alles, was wir können? Natürlich. Aber sie haben die Gebäude geöffnet. Du spielst die Karte, die du hast. Ich denke, du machst. Und eine Hand wird die andere. Komm. Das sollte dir helfen, um die Karte zu verbreiten. Geh alles, was du brauchst, um die Pläne zu verbreiten. Aber sicher, dass du die Sonar-Bocken entfernt hast. Ich habe die Location gemerkt. Wie funktioniert diese Sache? Was ist das, wenn du etwas erzählst? Du kannst dich selbst herausfinden. Geh mal. Und die Waffe sieht schon mal schöner aus. Ich werde es schauen. Sie blinkt. Wenn uns die 4-Serie was beigebracht hat, dann, dass Waffen mit mehr Lichtern dran besser sind. Am besten noch Neon. Okay. Wir haben uns einen In-Take-Manifold bekommen. Gut. Es ist wie ein Schraubhaus hier. Was denkst du, was passiert? Ich habe mich. Es ist wie ein komisches bei dem Gespräch von den beiden, dass sie sich nicht mal irgendwie vorstellen, wer da wer ist. Aber naja. Also, Ava. Mit uns. Was passiert da, am Ende? Was passiert da? Du nicht erinnerst? Du hast ein Problem verbreiten. Das ist lustig. Ich könnte es sagen, dass du, dass du, dass du rausgebracht hast. Richtig fliegen kann man mit dem Ding jetzt noch nicht, sondern nur so ein bisschen rumschweben. Deshalb sammeln wir hier auch Ersatzteile. Wow. Aber ich glaube, es reicht noch nicht für ein Upgrade. Wow. So. Du fühlst das? Ja, ein anderer Trembler. Ich habe Beziehung. Ich habe das. Ich verstehe das. Na, das fühlt sich da schon deutlich besser an. Schauen wir noch mal rein. FT-91, eins von sieben. Tower, Foxtor, Tear, Niner, One. Wiederhole. Captain Fuller. Ah, okay. Sagt mir gar nichts. Aber da habe ich jetzt zumindest mal das erste von gefunden. Ich tippe mal ganz stark drauf, dass in der Dorfregion in diesem Anfangsgebiet noch irgendwas rumlag. Da bin ich wahrscheinlich zu gerade durchgelaufen. So. Ist hier noch was? Ne. Ja. Das ist deutlich besser. Okay, da will jetzt mal keiner runter. Oh. 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 Ach, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Upgrade von dem Ding. Untertanke, ich will jetzt mal damit reinlegen. Ne. Hihi. Jetzt ein kleines Steinchen hier rumliegen. Die sind übrigens von dem Physics Upgrade der PC-Version. Die sind in der Konsolenfassung nicht drin. Uh, gib mir your gun. Nee, die überhalte ich. Die nehme ich auch. Zeig mal her. Hm? Was ist das? Haha, hast rein. Zauber. Ja, leider hat man davon nicht so nahlich viel Schuss. Trotzdem eine coole Waffe. Oh. Überhalte ich. so was so gibt er noch jetzt nicht mehr so found a rekt a18 and pulled some spark plugs we might be able to use all right i'll check out the next bridge keep me posted so what we were talking about earlier when you walked out that was three years ago you never thought to look me up try to contact me script kaputt da fehlt jetzt gerade wie der satz den er eigentlich sagt was das sollte also ein test sein springste einmal falsch funktioniert das drehbuch nicht so geil die roboter schreien sogar wenn sie runterfallen hängen also wohl doch an ihrem leben what the hell what something jumped out of one of these things so und mit diesem mysterium der komischen würmer lasse ich euch alleine in der nächsten folge geht es dann weiter macht's gut ciao 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 ciao